Moin, mein Name ist Phil und auch heute möchte ich mit dir über sehr wichtige Bitcoin-Informationen sprechen, denn es hat sich in den letzten Stunden richtig viel getan. Es gab richtig positive Neuigkeiten, die du unbedingt wissen solltest. Lass gerne an der Stelle noch einen Daumen nach oben da und damit starten wir natürlich direkt rein ins Meeting. Das, was wir natürlich alle erwarten, ist das große FOMC-Meeting. Doch bevor wir uns die Informationen dazu angucken, sollten wir uns nochmal mit dem US-Markt beschäftigen. Wenn wir nämlich einmal bei CNBC mit reingucken, dann sehen wir gerade eben, dass der Dow Jones zum Beispiel im Plus ist und der Nasdaq-Index im Minus. Und das ist natürlich genau die Volatilität, die wir eben auch erwarten durften. Gerade in Vorbereitung der Wall Street auf das FOMC-Meeting gibt es hier nämlich auch nochmal einiges an Bewegung. Dadurch, die Wall Street ist eben etwas unsicher, wie sie dann die eigentliche bevorstehende Zinssenkung so einschätzen soll. Und genau das ist die Situation, auf die wir uns eben auch fokussieren sollten, das FOMC-Meeting. Denn spannenderweise gab es unter anderem von Elisabeth Warren eine Aussage, dass sie nun eine Zinssenkung von 75 Basispunkten einfordert. Bisher hat niemand über 75 Basispunkte gesprochen. Die meisten reden, und das ist zum Beispiel auch auf CME Watch so, von 25 oder von 50 Basispunkten. Doch mittlerweile gibt es eben die Senatorin, die sich eben dazu entscheidet, die erste Forderung Richtung 75 Basispunkte, in dem Fall nach außen zu kommunizieren. Und sollte das tatsächlich umgesetzt werden, wovon ich persönlich nicht ausgehe, dann wäre natürlich alles extrem verrückt. Wir hätten eine extrem überraschende Wendung, die sich natürlich ganz extrem auf Bitcoin und Co. auswirken würde. Doch ehrlicherweise glaube ich, wie gesagt, nicht, dass das passiert. Deswegen sollten wir da nicht allzu viel Zeit mit der Spekulation verbringen. Wir sind aktuell bei ungefähr 67 Prozent, wenn es um die Zinssenkung von 50 Basispunkten geht. Ich denke, das ist so der Wert, mit dem wir aktuell rechnen dürfen. Und dann kann es eben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nochmal im November und Dezember zu einer Zinssenkung. Und wir sehen es hier oben auch nochmal 7. November, 18. Dezember. Dort sind die nächsten FOMC-Meetings nach dem September-FOMC. Und dort gehe ich eben von aktuell 25 Basispunkten aus. Wir können hier einmal durch die Grafen durchspringen. Und wir sehen es hier gerade schon, auch hier sind eben diese 25 Basispunkte aktuell so mit am präferiertesten. Also auch hier gibt es einige Thesen diesbezüglich. Und dabei stellt sich mir natürlich die Frage, wie es dann hier eigentlich dann weitergeht. Also wie die Märkte darauf reagieren, wenn es zu diesen aggressiven Senkungen kommt, das kann natürlich nochmal deutliche und massive Auswirkungen haben. Wir haben es auch gestern zum Beispiel besprochen. In dem Moment, wo wir diese Zinssenkung sehen, wird natürlich die Geldumlaufmenge kontinuierlich, weil sie günstiger wird, erhöht. M2 wird also deutlich relevanter. Und damit eben auch der Kapitalfluss in verschiedene Anlageklassen, wie zum Beispiel Bitcoin. Bitcoin gilt ja als sicherer Hafen für Fiat-Währungen. Und wenn der US-Dollar abgewertet wird, dann werden eben auch immer mehr Investoren in Bitcoin investieren. Das ist so meine These zu dem ganzen Thema. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was wir im Laufe des heutigen bzw. im Laufe des morgigen Tages dann erleben werden. Heute am 17. und morgen am 18. werden die Informationen dann publik. Und dann gibt es eben auch eine ganz klare Richtung, in die wir steuern werden. Und an der Stelle möchte ich dir natürlich noch einen super spannenden Tipp mit auf den Weg geben, wenn du den nächsten Schritt wagen möchtest. Und zwar ist das hier wirklich der perfekte Zeitpunkt für dich, wenn du Neukunde bist oder wenn du bereits ein bestehendes Konto hast, das aber noch nicht migriert worden ist. Du siehst das gerade schon. Du bekommst nämlich in beiden Fällen 20 Euro geschenkt von Bitwabo Powered by Hive. Und das Schöne ist, zusätzlich dazu hast du auf die ersten 10.000 Euro Handelsvolumen nämlich keine Gebühren zu bezahlen. Das ist die einzige Plattform, die das in dieser Form eben umsetzt. Das bedeutet, für dich ist das eine großartige Gelegenheit, um nun entweder in den Markt einzusteigen und oder das eigene Portfolio kontinuierlich zu erweitern, ohne eben Gebühren für das Handelsvolumen erst einmal ausgeben zu müssen. Plus, es gibt mittlerweile auch eine deutsche IBAN. Das bedeutet, dass du eben auch Echtzeitüberweisungen komplett eben umsetzen kannst. Innerhalb von Sekunden ist so dein Kapital auf der Plattform. Von daher würde ich dir jetzt raten, dass du dich über den ersten Link in der Videobeschreibung einmal anmeldest und die Vorteile inklusive der 20 Euro selbstverständlich bei Bitwabo Powered by Hive nutzt. Und selbstverständlich ist das nicht die einzige positive Nachricht. Nein, es gibt mittlerweile auch wieder das Announcement von in dem Fall Michael Saylor bzw. von MicroStrategy. Denn die wollen weitere 700 Millionen US-Dollar aufbringen, um also in Bitcoin zu investieren. Und man könnte jetzt denken, Michael Saylor ist mittlerweile verrückt geworden. Aber ehrlicherweise kann er genau das kontinuierlich tun. Manche fragen sich immer wieder, warum man MicroStrategy anstelle von Bitcoin oder zum Beispiel einem Bitcoin-ETF kaufen sollte. Und das ist natürlich ganz klar. Er kann immer mehr Geld aufbringen, um Bitcoin zu kaufen. Und er hat gerade erst knapp 3 Milliarden US-Dollar gesammelt, um damit Bitcoin einkaufen zu können. Und jetzt will er weitere 700 Millionen US-Dollar einsammeln, um eben mehr BTC aufzubauen. Auch andere Unternehmen haben angefangen, sich an diesem Thema hier zu beteiligen. Mara zum Beispiel hat gerade 300 Millionen US-Dollar gesammelt, um damit die ersten BTC-Bestände aufzubauen. Auch Metaplanet zum Beispiel, ein japanisches Unternehmen, hat hier in kleineren Maßstäben eine ähnliche Strategie angewandt. Also es gibt nun mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen, die auf diese Strategie hier quasi von Michael Saylor eben setzen und die in dem Atemzug eben versuchen, Dinge umzusetzen. Und wir sehen es hier zum Beispiel eben auch. Hier ist nämlich das nächste Unternehmen, das nun mit dieser Strategie anfangen möchte. Cassidra, Bitcoin ist also hier das nächste Unternehmen, das sich einreiht. Und ehrlicherweise ist das auch so ein bisschen die Erwartungshaltung von Michael Saylor gewesen, der es immer offenkundig kommuniziert hat. Und er hat natürlich einen entsprechenden großen Stellenwert in den USA, weswegen eben ihm viele zuhören und anfangen, die Strategien zu hinterfragen. Und dann gegebenenfalls sogar die Adoption eben loszutreten. Auch das ist natürlich etwas, was wir gerade im Hinblick auf 2025 extrem bullisch einschätzen dürfen. Und jetzt machen eben auch einige Länder bei diesem ganzen Thema mit. Es sind nämlich Informationen online gegangen, dass eben Bhutan auch 800 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert hat. Die Daten kommen von Arkem Intelligence. Und vorher wusste niemand, dass neben El Salvador oder eben auch China oder zum Beispiel eben auch den USA oder anderen Ländern durch Käufe oder Beschlagnahmungen, dass eben auch Bhutan tatsächlich Bestände hält. Und das ist natürlich eine ziemlich verrückte Nummer. Vor allem würde das eben auch implizieren, dass es vielleicht weitere Länder gibt, die angefangen haben, ihre ersten Bestände aufzubauen, um also sich eben unabhängig von der eigenen Landeswährung oder dem US-Dollar eben aufstellen zu können. Auch das ist natürlich eine super positive Entwicklung, die wir hier gerade wahrnehmen. Und ich bin sehr gespannt, welche Informationen wir in der nächsten Zeit dazu auch noch bekommen werden. Und dann gibt es natürlich auch einige Charts, die wir uns ansehen sollten. Das allererste Thema, das wir uns ansehen sollten, sind natürlich die neuen Wale, die eben angefangen haben, hier in den Markt einzusteigen. Natürlich genauso wie eben auch die alten Wale, die ihre Bitcoin-Bestände halten. Und das zeigt natürlich, dass wir gerade eine großartige Situation vor uns haben, um eben Bitcoin-Bestände aufzubauen. Die M2-Geldmenge steigt eben kontinuierlich, was automatisch eben auch bedeutet, dass die globale Liquidität zunimmt. Und das ist natürlich aus verschiedenen Perspektiven super positiv. Und dann sehen wir natürlich auch noch das MVRV-Momentum, das eben auch wieder nach oben geht. Und genau das ist das, was wir eben auch wollen. Alles deutet eben darauf hin, dass es eben ein großartiger Zeitpunkt sein kann, um Bitcoin-Bestände aufzubauen und von dem, was eben kommen wird, zu profitieren. Die Fundamentaldaten von Bitcoin waren noch nie so stark. Die Hashrate zum Beispiel ist mittlerweile wieder auf einem All-Time-High. Die Anzahl der Wale ist auf einem All-Time-High. Die Anzahl der Unternehmen und Länder, die Bitcoin anhäufen, ist ebenso auf einem All-Time-High. Und dazu kommt eben noch, dass die globale Liquidität kontinuierlich wieder ansteigt. Und wir sehen eben auch die Fettwende, die eben morgen dann announced wird. Alles super bullische Zeichen. Also sollten wir auch hier wieder weiterhin super positiv bleiben. Die Perspektive langfristiger ansetzen. DCA betreiben meiner Meinung nach jedenfalls. Und dann eben auf das warten, was jetzt in der nächsten Zeit kommt. Ich freue mich auf jeden Fall über die nächsten Wendungen, über die nächsten Neuigkeiten, die online kommen werden. Und ich werde dich selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Deswegen nimm dir gerne noch kurz die Zeit, lass einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, um keine weiteren spannenden Bitcoin-Informationen mehr zu verpassen. Ansonsten genieße natürlich den Tag und ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn du auch morgen wieder mit einschaltest. Also bis morgen und hab einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal.